Als ich anfing zu praktizieren in den 80er Jahren, wir haben hier meditiert, da waren die Räume noch ganz anders, da wäre das eine Riesenmenge von Menschen gewesen. Da waren wir sehr, sehr viel weniger, wenn wir hier meditiert haben. Überhaupt war Buddhismus damals noch etwas ziemlich Suspektes, ein bisschen merkwürdig. Wenn man sagte, ich bin Buddhistin, dann guckten Leute einen schon ziemlich merkwürdig an. Und irgendwie hatte das so etwas Anrüchiges, hatte ich das Gefühl, oder wurde vielleicht auch in einen Topf geworfen mit Sekten oder mit merkwürdigen Praktiken. Ich weiß, dass wir vor Ewigkeiten, vor 16 Jahren oder so, mal Räume gesucht haben, eine buddhistische Frauenwohngemeinschaft zu gründen. Wir waren einfach sechs buddhistische Frauen, die gerne zusammenwohnen wollten. Wir suchten eine entsprechende Wohnung, was natürlich nicht so leicht ist, weil die musste groß sein. Und wir dachten, wir probieren einfach mal eine Annonce in die Zeitung zu setzen, dass wir diese Wohnung suchen, zwecks Gründung einer buddhistischen Frauenwohnung. Das haben wir dann sehr bereut, weil wir kriegten zwar ziemlich viel Resonanz, mehr als auf andere Anzeigen, aber die war ziemlich merkwürdig. Es waren überwiegend Männer, die offensichtlich Buddhismus mit merkwürdigen sexuellen Praktiken in Assoziation waren. Wir hatten Angebote von Leuten, die sagten, wir haben zwar keine Wohnung, aber wir ziehen gerne mit ein oder wir helfen gerne beim Umzug. Und danach haben wir dann die Anzeigen wieder neutraler formuliert. Also Buddhismus war in den 80er Jahren noch so, man wusste, es war irgendwas Exotisches, aber was das so genau war, wussten viele Leute nicht und hatten auch merkwürdige Gedanken dazu. Gott sei Dank hat der Dalai Lama kurz darauf dann den Friedenlust-Nobelpreis bekommen, wie wahrscheinlich viele wissen. Und ich weiß nicht, ob das der Startschuss war, dass die Massenmedien den Buddhismus entdeckt haben. Jedenfalls plötzlich bekannten sich Popstars zum Buddhismus. Ich weiß noch, Richard G. und Tina Turner waren die Ersten. Und plötzlich gab es Talkshows, die dann Buddhismus als Thema entdeckten. Und als wir dann endlich unsere Frauenwohngemeinschaft hatten, kamen Journalisten von Modemagazinen, um uns zu interviewen. Wir entsprachen nicht in Vorstellungen, unsere Fotos wurden nie veröffentlicht. Aber plötzlich war der Buddhismus in den Medien und seitdem ist der Buddhismus, habe ich den Eindruck, nach und nach salonfähig geworden. Also wenn ich heutzutage sage, ich bin Buddhistin, kriege ich immer noch ein bisschen merkwürdige Blicke, vor allem, weil ich auch so einen komischen Namen habe, kann man ja auch verstehen. Aber meistens sind es doch so sympathische, freundliche, merkwürdige Blicke. Man hat das Gefühl, man ist immer noch eine seltsame Orchidee als Buddhistin oder als Buddhist, aber immerhin ist man eine sympathische, seltsame Orchidee. Das heißt, Buddhismus ist viel bekannter. Buddhismus hat Einzug gefunden, sicherlich in die deutschen Wohnzimmer, seit es Buddha-Statuen nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt, sondern schon bei Plus zu kaufen gab vor einigen Monaten. Da dachte ich so, jetzt ist der Buddhismus in die deutschen Wohnzimmer eingezogen, es steht auf Fensterbänken und wahrscheinlich auf Fernsehern und so. Also Buddhismus ist jedenfalls in irgendeiner Form im Bewusstsein der Menschen hier angekommen. Aber ich frage mich, in welcher Form? Also ich frage mich, was ist das Bild von Buddhismus, was die meisten Menschen haben? Was wissen wir vom Buddhismus? Ich weiß, wir ist jetzt ein komisches Wort, weil hier natürlich eine sehr große Ansammlung verschiedener Menschen sitzt. Manche von euch haben sicherlich sehr viel Erfahrung schon mit buddhistischer Praxis und wissen sehr viel über Buddhismus. Und manche von Ihnen wissen vielleicht noch ganz wenig. Aber was ist das Bild vom Buddhismus, was Menschen in Deutschland haben? Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich denke, unser Bild vom Buddhismus, angenommen, wir haben uns jetzt nicht sehr stark mit dem Buddhismus befasst, unser Bild vom Buddhismus ist natürlich stark von auch den Bildern geprägt, die man durch solche Medien wie das Fernsehen oder Kino bekommt. Es gibt ja auch viele Spielfilme in den letzten zehn Jahren, die im buddhistischen Dunstkreis spielen. Ja, oft im Tibet, der tibetische Klöster oder die Begegnung von West- und tibetischen Mönchen war auch Thema von einigen Spielfilmen. Das sind Bilder, die Menschen haben. Aber was ist der Buddhismus? Woran denken Menschen, wenn sie sagen, der Buddhismus? Denken sie an die Bilder, die sie aus einem Film sieben Jahre in Tibet bekommen haben? Das ist nur eine spezifische Form vom Buddhismus, nämlich die in Tibet. Wenn man dann vielleicht kurze Zeit später in Urlaub fährt nach Thailand, sieht man ganz andere Bilder. Also der Buddhismus ist ja nicht ein einfaches Phänomen, sondern ein sehr komplexes Phänomen. Und allein schon vom Ausbreitungskreis vom Buddhismus ist das ja ein Riesengebiet, wovon wir sprechen. Und eine sehr lange Zeit, die der Buddhismus auch schon existiert. Also rein geografisch hat sich der Buddhismus im Norden von Norden Chinas, Mongolei, bis nach unten Sri Lanka oder früher auch bis nach Indonesien gezogen. Das sind riesige geografische Unterschiede. Und im Westen von Persien und bis im Osten Japan. Also ein großes Gebiet. Und dieses Gebiet umfasst sehr unterschiedliche Kulturen, sehr unterschiedliche Kulturkreise. Das ist also nicht nur ein Land, was Buddhismus hat, sondern sehr viele verschiedene Kulturen und Länder, in denen Buddhismus heimisch ist. Und wenn man sich in der buddhistischen Welt als ganz ein bisschen umschaut, dann sieht man viele Sachen, die vielleicht nicht so leicht unter einen Hut zu bringen sind. So es könnte sein, dass man zum Beispiel weiß, eine der Sachen, die die meisten Menschen über den Buddhismus wissen, eine der ersten Assoziationen, die viele Menschen haben, wahrscheinlich auch durch den Danai Lama, der sehr populär ist, ist, dass Buddhismus Gewaltlosigkeit lehrt. Wenn man was über Buddhismus weiß, dann in der Regel, dass das irgendwas mit Gewaltlosigkeit zu tun hat. Und dann ist da so eine Ausstellung in der Villa Hügel. Und man geht da hin und denkt, jetzt sieht man da meditierende Buddhas, ganz gewaltlos und friedlich da sitzen. Man sieht Figuren mit Raubtierfängen, mit Raubtiergesichtern, mit Klauen, mit Totenköpfen geschmückt. Und die sollen keine Dämonen darstellen. Nee, dann sieht man ein kleines Schildchen, dass das irgendeine Buddha-Figur darstellt, die also grauenhaft aussieht. Ganz und gar nicht gewaltlos. Mit Totenschädeln geschmückt und mit Raubtierfällen oder gar vielleicht sogar mit Menschenhäuten geschmückt und trampelnd auf menschlichen Figuren. Was hat das mit der Idee von Gewaltlosigkeit zu tun? Wie bringt man das unter einen Hut? Oder eine der Sachen, die Menschen sicherlich mit Buddhismus assoziieren, ist so die Ästhetik, die man aus dem Zen kennt. Wir haben in der Grube zum Beispiel einen kleinen Zen-Garten. Und das ist etwas, was viele Menschen auch so kennen aus Fotos, aus Bildern, Postkarten, wo man Bilder sieht von Zen-Gärten. Und das ist eine sehr schlichte, sehr eigene Ästhetik. Man sieht diese gehakten Kiesflächen mit vielleicht ganz, ganz säuberlich gehakt in der Mitte ein großer Fels und sonst nichts. Manchmal sieht man das heute schon in Vorgärten teilweise. Bestimmte Elemente sind offensichtlich hier bekannt. Und wenn man ein bisschen näher über die Ästhetik oder die Erscheinungsform des Zen weiß, als man auch in einem buddhistischen Zen-Zentrum käme und einen Praxisraum betreten würde, ist das völlig leer. Der ist wahrscheinlich weiß gestrichen. Die Matten, die Kissen sind wahrscheinlich schwarz. Menschen tragen schwarze Kleider. Weiß, schwarz sind fast die einzigen Farben der Schrein. Der Altar ist sehr, sehr simpel, schlicht. Wahrscheinlich ist der Raum sehr hell und Licht durchflutet, aber ganz leer. Die Atmosphäre ist sehr kühl, sehr streng und still. Eine ganz eigene Atmosphäre. Und da denkt man vielleicht, ah, das ist typisch buddhistisch. Und dann sieht man so einen Spielfilm, der in einem tibetischen Kloster spielt. Und dann sieht es völlig anders aus. Da sieht man, der Schreinraum, der üppiger nicht gestaltet sein könnte. Überall, wo man hinguckt, Bilder. Ja, bunte Bilder, die dann auch noch in bunten Brokatstoffen eingefasst sind. Dann bunten Wänden mit Säulen, die von Bannern drapiert sind. Und Stoffbahnen, wohin der Blick fällt. Üppige Bilder, Figuren, überall Lichter. Dunkle Atmosphäre, sehr mystisch, sehr geheimnisvoll. Völlig andere Atmosphäre. Die beiden Praxisräume könnten unterschiedlicher nicht sein. Das sind aber beides buddhistische Praxisräume. Oder, wenn man auch weiter sich umschaut, dann weiß man, Buddhismus hat viel mit Mönchen zu tun. Mönchen und Nonnen, vor allem mit Mönchen. Und die leben natürlich im Zölibat. Das sind, ja, die halten das Keuschheitsgelübde ein. Und dann sieht man in anderen Teilen der buddhistischen Welt verheiratete Priester. Und das ist in Japan durchaus üblich. Die Priester dort sind verheiratet, sind das keine Mönche. Auch in Nepal sieht man das. Ganz unterschiedlich. Und selbst wenn man bei den Mönchen bleibt, auch die verstehen ihr Mönchsein durchaus unterschiedlich. Also wenn man einen Mönch in Thailand fragt, wie er lebt, dann wird er einem sagen, Arbeit ist tabu für jemanden, der ordiniert ist, der Mönch ist. Also wir arbeiten nicht, selbst die Zubereitung einer einfachen Mahlzeit wäre untersagt von der Ordensregel. Die Mönche haben nur zu meditieren und die Schriften zu studieren und arbeiten dürfen sie nicht. Gehen wir nach Japan, sehen wir genau das Gegenteil. Da gehört Arbeit zur Disziplin im Kloster. Eine der wichtigen spirituellen Praktiken für die Mönche ist Arbeit, körperliche Arbeit. So nach dem Motto, so ein Tag ohne Arbeit ist ein Tag ohne Brot. Ganz unterschiedliche Auffassungen. Oder wenn wir nach Sri Lanka gehen und da uns mit einem Mönch unterhalten, dann werden wir merken, dass er uns bestimmt nicht mit einem Handschlag begrüßt, weil er darf keine Frau berühren. Dann gehen wir wieder in die Tibet-Ausstellung und sehen sexuelle Symbolik, wohin wir nur gucken. Buddha-Figuren in sexueller Vereinigung. Dann vielleicht hört man auch, dass vielleicht in Tibet solche Praktiken sogar nicht nur symbolisch dargestellt werden, sondern vielleicht sogar gemacht werden als spirituelle Praktiken. Wie ist das unter einen Hut zu bringen? Also wenn man sich ein bisschen umschaut in der buddhistischen Welt, sieht man enorme Vielfalt. Und viele Sachen, wo man erstmal vielleicht nicht weiß, wie kann ich die zusammenbringen? Wie kann ich die unter einen Hut packen? Und es mag verwirrend sein. Und dann hört man vielleicht so Aussagen in so einem Vortrag wie diesem oder in dem Vorwort zu einem buddhistischen Buch. Dann hört man so Aussagen wie, der Buddhismus war immer sehr begabt darin, neue Erscheinungsformen anzunehmen. Jede Kultur, in die er ging, konnte er ein neues Gewand anlegen. Der Kern blieb immer der gleiche, aber liegt überall, wohin kam ein neues Gewand an. Er war anpassbar. Das ist schön gesagt, auch ich habe diesen Satz schon zahllose Male gesagt, aber das suggeriert, dass der Buddhismus sich nur in Oberflächlichkeiten unterscheidet. Man könnte das so verstehen, dass es wirklich nur um so Oberflächlichkeiten gibt, wie, ach naja, in dem Land sind die Dächer der Tempel golden und im anderen Land sind sie halt strohgedeckt. Und hier tragen sie gelbe Roben und da tragen sie rote Roben. Aber das ist nicht so. Und Buddhismus unterscheidet sich nicht nur in Oberflächlichkeiten oder in Äußerlichkeiten. Auch wenn man tiefer schaut, wird die Sache nicht unbedingt ohne weiteres sofort klarer. Auch wenn man schaut, was die unterschiedlichen Lehren, die es gibt in den unterschiedlichen Schulen, was die sagen, sieht man ganz große Unterschiede. Es haben sich im Laufe dieser Entwicklung des Buddhismus sehr viele Traditionen entwickelt, sehr viele verschiedene Schulen, und die unterrichten teilweise sehr unterschiedliche Dinge. Teilweise Dinge, die miteinander nicht in Einklang zu bringen sind, die teilweise genau widersprüchlich sind, diametral entgegengesetzt manchmal. Ja, auch da kann ich vielleicht ein paar Beispiele nennen. Also zum einen eine der frühen Lehren im sogenannten Theravada-Buddhismus. Das ist der Buddhismus, den man in Südostasien findet, in Thailand, Sri Lanka und anderen Ländern. In diesem frühen Theravada-Buddhismus heißt ein Vers, der sehr beliebt ist und sehr bekannt ist. Das ist der Dhammapada, das ist ein sehr frühes buddhistisches Werk. Da heißt es, du selbst vollbringst ja das unheilsame Tun, und nur durch dich selbst erfährst du Unreinheit. Du selbst unterlässt ja Unheilsames Tun, und nur durch dich selbst erfährst du Reinheit. Du selbst bist die Quelle aller Reinheit und Unreinheit. Keiner kann einen anderen Menschen läutern. Also eine ganz starke Betonung auf, du musst praktizieren. Niemand kann das für dich machen. Du musst es tun. Niemand kann einen anderen retten oder läutern. Geht man zu einer ganz anderen Schule in Japan, der sogenannten Rhein-Land-Schule oder auch der neuen Rhein-Land-Schule, da würde so eine Aussage als die reinste Heresie verstanden. Zu sagen, niemand kann einen anderen läutern. Im Gegenteil, in der Rhein-Land-Schule wird gelehrt, dass es vollkommen unsinnig ist, zu versuchen, sich selbst zu befreien, sich selbst zu entwickeln und zu beändern. Das können wir nicht. Alles, was wir tun können, laut dieser speziellen Schule, ist uns mit unserem ganzen Vertrauen, unserer ganzen Hingabe, einer Kraft hinzugeben, die der Buddha Amitabha genannt wird. Und diese Kraft wird uns durch ihr großes Mitgefühl läutern, reinigen und zur Erleuchtung führen. Wir können nichts tun. Wir können uns nur dieser Kraft anvertrauen. Wir können nur uns völlig hingeben. Völlig unterschiedliche Lehre. Überhaupt nicht miteinander in Einklang zu bringen, oder? Dann eine andere Sache wäre, in einer Tradition, in einer buddhistischen Tradition, wenn man versucht zu beschreiben, was ist die Wirklichkeit, ja, was ist die Natur aller Dinge, was ist die letzte Wirklichkeit, die Realität, wird gesagt, es ist absolutes Bewusstsein. Das ist die Essenz der Dinge, die Wahrheit. Eine andere buddhistische Schule sagt, Realität ist die absolute Leerheit. Eine völlige Leerheit. Was bedeutet das? Vollkommen unterschiedliche Aussagen. In der Einschule, zum Beispiel im frühen Buddhismus, wird gelehrt, dass das Ziel, wo Buddhisten hinwollen, das sogenannte Nirvana oder Erleuchtung, dieses erleuchtete Bewusstsein, dass das etwas ist, was vollkommen anders ist als unsere jetzige Erfahrung. Unsere jetzige Erfahrung, oder die Welt, in der wir uns bewegen, wird Sangsara genannt. Das ist nicht nur eine Marke von Parfüm, sondern es ist ursprünglich die Bezeichnung für unsere Welt, wie sie sie kennen, unbefriedigend, wie sie oft ist. Und es wird gesagt in dieser Schule, dass die Welt, wie sie sie kennen, und das Ziel, wo man hin will, der erleuchtete Geist, vollkommen unterschiedlich sind. Eine absolute Dualität. Nichts Gemeinsames haben. In einer anderen Schule heißt es, Sangsara und Nirvana sind eins. Letztendlich sind sie einfach eins. Vollkommen unterschiedliche Aussagen. Dann wiederum gibt es in manchen buddhistischen Schulen, in den meisten, oder in den frühen, in den meisten ist es eigentlich verkehrt, in den frühen buddhistischen Schulen ist es ganz klar, dass der Buddha ein Mensch ist. Der Buddha war ein Mensch, so wie Sie und ich, sicherlich ein ziemlich begabter Mensch, sehr talentierter Mensch, aber ein Mensch, der durch seine eigene Kraft, durch seine eigene Anstrengung Erleuchtung erlangt hat. Was Erleuchtung ist, sagen wir nachher noch ein bisschen mehr drüber. Im späteren Buddhismus wird der Buddha ganz anders gesehen. Da wird der Buddha als ein rein transzendentes Wesen gesehen, was sich aus reinem Mitgefühl wieder als Mensch, so in der Form eines Menschen, wiedergeboren wird. Er ist sozusagen als ein riesiges, großes Theaterstück für uns. Er wird geboren und er tut so, als würde er sich anstrengen und tut so, als würde er leicht erleuchtet werden, um uns eine Lehre damit zu erteilen. Aber eigentlich ist er von vornherein eigentlich voll erleuchtet und transzendent. Ganz anderes Bild. Nicht vereinbar. Und auch auf der Ebene, ich hatte jetzt mehr so philosophische Unterschiede genannt, aber auf der Ebene von Praxis gibt es sehr unterschiedliche Lehranweisungen. Also wenn Sie hier Meditation lernen, dann bekommen Sie Techniken an die Hand. Wir unterweisen hier bestimmte Meditationstechniken. Meditation, wo wir sagen, das ist ein Abschnitt, erster Abschnitt und zweiter Abschnitt. Und man bekommt auch ein bestimmtes Instrumentarium in die Hand, was gesagt wird, ja, wenn du merkst, du bist sehr unruhig, dann kannst du die und die Gegenmittel verwenden, damit du deinen Geist ein bisschen stiller machen kannst. Oder wenn du merkst, du bist sehr schläfrig, dann kannst du das und das machen, um wieder wach zu werden. Also man bekommt Instrumente an die Hand. Man versucht, Konzentration zu erreichen. Man versucht Konzentration zu kultivieren, ganz bewusst, in die man aktiv in der Meditation handelt. Und ich hatte hier Meditation gelernt vor vielen Jahren und las dann ein Buch aus dem Zen. Und war völlig verwirrt, weil da hieß es, es gibt nichts zu erreichen. Wenn du in der Meditation probierst, irgendetwas zu erreichen, bist du schon auf dem falschen Pfad. Es gibt nichts zu erreichen. Sobald du denkst, es gäbe irgendetwas, was du erreichen kannst durch deinen Eigenwillen, bist du falsch gewickelt. Ich war ziemlich verwirrt und habe es dann auch, glaube ich, nicht zu Ende gelesen. Ich bin sehr buchstabend geträumt, ich bringe solche Sachen aus der Fassung. Aber man gewöhnt sich. Ich habe ein weiteres Zitat, was sozusagen das auf den Punkt bringt. Nicht nur, wer sich oberflächlich mit dem Buddhismus befasst, sondern selbst diejenigen, die ihn ernsthaft und gründlich studieren, empfinden Verwirrung angesichts hunderter verschiedener Schulen, die insgesamt sicher tausende von Texten in mehr als einem Dutzend verschiedener Sprachen hervorgebracht haben, in welchen den Lesern unzählbar viele Lehren und Methoden als unverzichtbar für die Befreiung der Menschheit ans Herz gelegt werden. Kein Wunder, dass man dann verliert ist. Nachdem ich das alles gesagt habe, ist die Frage natürlich, die im Raum steht, ist, gibt es überhaupt den Buddhismus? Gibt es überhaupt eine innere Einheit im Buddhismus? Oder ist es nicht vielleicht so, dass es einen Ur-Buddhismus gab und dann gab es viele Verzerrungen und die haben sich zwar alle weiterhin Buddhismus genannt, aber eigentlich sind es andere Lehren. Gibt es vielleicht viele verschiedene Lehren, die zufällig alle das gleiche Etikett haben? Oder gibt es den Buddhismus? Gibt es tatsächlich überhaupt eine innere Einheit in diesem großen, schillernden Phänomen Buddhismus? Und die Antwort darauf ist ein entschiedenes Ja. Es gibt eine innere Einheit im Buddhismus und der Buddhismus ist als Einheit zu verstehen, ganz klar. Aber um das zu verstehen, um das zu verstehen, was überhaupt die Einheit des Buddhismus ist, müssen wir einen Schritt zurückgehen und überhaupt fragen, was ist Buddhismus an sich? Was ist eigentlich Buddhismus? Und der Buddhismus fängt beim Buddha an. Da kommen wir überhaupt nicht drum rum. Das heißt, der Buddhismus fängt an bei einem Menschen, jetzt nehmen wir einfach mal die Version des frühen Buddhismus, der Einfachheit halber, bei einem Menschen, der nach einer langen spirituellen Suche eine Erfahrung gemacht hat. Manche kennen vielleicht die Lebensgeschichte des historischen Buddhas, Siddhartha Gautama, da brauche ich nicht näher darauf einzugehen. Aber nach einer langen Vorbereitung, nach einer langen Suche, einem Training, hat er eine Erfahrung gemacht, oder das behauptete er jedenfalls, eine Erfahrung, die so tiefgreifend war, dass danach nichts mehr so war wie davor. Und diese Erfahrung ist sehr, sehr schwer zu beschreiben und wird meistens Erleuchtung genannt oder erwachen. Diese Erfahrung, wenn man versucht, sie zu beschreiben oder einen Hinweis darauf zu geben, was sie ausmacht, kann man sagen, sie hat einen Erkenntnisaspekt. Es heißt manchmal, dass es in dem Moment so wäre, als wären Schleier zerrissen, als hätte er etwas gesehen, was vorher verhüllt gewesen sei oder verborgen. Und als wäre ein Schleier zerrissen, er konnte plötzlich klar sehen. Oder sehr beliebt ist die Formulierung, dass jemand, der Erleuchtung erlangt, die Dinge so sieht, wie sie sind, während man vorher die Dinge offensichtlich nicht so gesehen hat, wie sie sind, sondern getrübt durch unsere verschiedenen Brillen, die Brillen unserer Wünsche oder Vorannahmen. Oder man könnte sagen, der Erkenntnisaspekt in dieser Erfahrung ist, dass man versteht, wie Zusammenhänge in der Welt sind, sozusagen wie die Welt tickt. Was ist das im Innersten der Welt, was das ganze Getriebe in Gang hält? Zu verstehen, was das Gewebe der Welt, der Existenz ausmacht. Und so wird es manchmal beschrieben. Aber es wird auch oft beschrieben in ganz anderen Begriffen, nämlich als eine emotionale Erfahrung. Und da heißt es so viel wie, dass es eine Erfahrung ist von höchster Glückseligkeit, von absoluter Zufriedenheit. Und dass all die Fragen, wie diesen Mann Siddhartha Gautama getrieben hat, wirklich getrieben hat, in dem Moment beantwortet waren, gelöst waren, in tiefer Frieden einkehrte. Ein tiefes Verstehen, das ist mehr der kognitive Anteil, aber ein tiefes In-Einklang-Sein mit dem, was ist. Eine Entspannung. Eine tiefe Harmonie mit sich selbst und mit anderen. Eine tiefe Ruhe. Und gleichzeitig auch eine Erfahrung von Verbundenheit mit allem, was lebt. Während wir uns in der Regel getrennt fühlen, relativ getrennt. Und ein wirkliches Verstehen dessen, dass alle Dinge, auch alle Menschen miteinander verbunden sind. Die natürlich in einem Aufwellen von Mitgefühl, zu einem Aufwellen von Mitgefühl leiten muss. Wenn ich mich verbunden fühle, ist es klar, dass ich mit anderen auch mitfühlen kann. Und manchmal wird diese Erfahrung auch geschildert mehr in Begriffen von Energie. Dass man sagt, es war wie ein, was wären die Energien vollkommen freigesetzt. Vollkommen freigesetzte, unerschöpfliche Energie, während unsere Energien oft vielleicht blockiert sind oder gebunden sind. Auch das Wort frei wird oft verwendet in Verbindung mit dem Versuch, diese Erfahrung zu beschreiben. So eine vibrierende Qualität von unerschöpflicher Energie. Man merkt schon, zu versuchen, diese Erfahrung zu vermitteln, ist sehr unbeholfen. Alle Erklärungen sind sehr unbeholfen. Offensichtlich fand es dieser Mann, der dann Buddha, der Wachte genannt wurde, selbst sehr, sehr schwierig, diese Erfahrung in Worte zu fassen. Und da ich selbst ja eigentlich keine Ahnung habe, wovon ich da spreche, sind meine Erklärungen noch viel unbeholfener. Das sind eigentlich nur Wiedergaben von dem, was andere gesagt haben. Aber was auch immer diese Erfahrung war, aus Sicht der Buddhisten, war es eine transzendente Erfahrung. Eine Erfahrung, die von ganz anderer Art ist als das, was wir verstehen. Und weil sie transzendent war, also nicht in Verbindung mit dem, was wir kennen, haben wir keine Worte dafür. Es ist nicht nur, dass ich besonders unbegabt bin, das auszudrücken und mir die Worte fehlen. Es gibt keine Worte, die diese Erfahrung fassen könnten. Diese Erfahrung ist völlig jenseits aller Begriffe, aller Gedankenkonstrukte und aller Worte, die uns Menschen in allen Sprachen zur Verfügung stehen. Es ist jenseits dessen, was wir uns vorstellen können. Und deswegen, interessanterweise, sind auch die Begriffe, unter denen wir diese Erfahrung kennen, eigentlich Begriffe, die nur Bilder sind. Erleuchtung ist ein Bild. Da ist jemand ein Licht aufgegangen. Es ist keine Aussage darüber, was da passiert. Es ist ein reines poetisches Bild. Oder der Name selbst, unter dem wir diesen Erwachten kennen, Buddha. Das heißt einfach, Bodhi, Erwachen, Buddha, der Erwachte. Das ist auch ein Bild. Da ist jemand am Schlafen gewesen und ist wach geworden. Er versucht, eine Atmosphäre zu vermitteln. Und so unfassbar diese Erfahrung ist, ist sie das, worüber sich alle Buddhisten einig sind. Alle Buddhisten, egal welcher Schule oder welcher Tradition, sind sich einig, dass Siddhartha Gautama diese Erfahrung, diese transzendente Erfahrung, die Erleuchtung genannt wird, gemacht hat. Ich habe ein tiefes Vertrauen darin, dass diese Erfahrung möglich ist. Dass sie eben auch nicht nur für ihn möglich war, sondern dass auch andere die gleiche Erfahrung machen können. Eine der Grundüberzeugungen aller buddhistischen Schulen. Jeder Mensch kann diese Erfahrung machen. Für sich selbst. Nicht nur darüber lesen oder darüber hören, sondern wirklich genau die gleiche Erfahrung für sich selbst machen. Das Wort Erfahrung ist selbstvollkommen unzulänglich, aber mir fällt kein anderes ein. Und alle buddhistischen Schulen sind sich einig, dass der Buddha selbst, der historische Buddha, versucht hat, anderen zu helfen, für sich selbst die gleiche Erfahrung zu machen. Grunde genommen, alles, was er nach dieser Erleuchtungserfahrung für den Rest seines Lebens gemacht hat, war nichts anderes als das. Zu versuchen, auf welche Weise auch immer anderen zu helfen, andere anzustupsen, ein bisschen zu helfen, zu unterstützen darin, für sich selbst das Gleiche zu erleben. Und das hat er gemacht, indem er Ratschläge erteilt hat, vielleicht Ratschläge, was man besser lassen sollte oder was man tun kann, indem er vielleicht bestimmte Methoden, Übungen gelehrt hat, vielleicht auch, indem er manchmal philosophische Gedanken formuliert hat, die helfen sollten, in Richtung dieser Erfahrung zu gehen, indem er Geschichten erzählt hat, Metaphern, Bilder verwendet hat, die versucht, ein Gefühl dafür zu vermitteln, indem er vielleicht auch ethische Regeln aufgestellt hat. Alles, was er getan hat, was er gelehrt hat, war ein Versuch, anderen Menschen zu helfen, diese gleiche Erfahrung zu machen. Buddhismus gab es nicht. Der Buddha hatte auch nie vor, einen Buddhismus zu gründen oder zu stiften. Das war nicht seine Absicht. Buddhismus ist der Name, den wir heutzutage verwenden. Aber eigentlich alles, was es gab zur Zeit des Buddha, war eine Fülle von Aussagen, von Methoden, von Dingen, die er gesagt hatte zu unterschiedlichen Zeitungen, und die helfen sollten, unterschiedlichen Menschen zu helfen, diese Erfahrung selbst zu machen. Und das ist ihm auch gelungen. Viele Menschen haben die gleiche Erfahrung gemacht, haben die gleiche Erleuchtungserfahrung gemacht. Das heißt, unsere Frage war, was ist Buddhismus? Buddhismus ist die Summe all dieser Mittel, die Menschen helfen, diese Erfahrung für sich zu machen. Das ist, was Buddhismus ist. Buddhismus ist all die Mittel, all die Methoden, die Menschen helfen, für sich selbst diese Erfahrung zu machen, die Erleuchtung genannt wird. Wenn man das verstanden hat, kann man zu der Ursprungsfrage zurückgehen, worin besteht die Einheit des Buddhismus? Die Einheit des Buddhismus besteht darin, dass alle Buddhisten akzeptieren, dass Erleuchtung möglich ist, und dass alle versuchen, Methoden zu entwickeln, um Erleuchtung zu erlangen, um selbst und anderen zu helfen, diese Erfahrung für sich zu machen. Das ist die Einheit des Buddhismus. Alle buddhistischen Schulen, egal was sie unterweisen, tun dies nur, weil sie davon überzeugt sind, dass diese Lehren helfen, Menschen diese Erfahrung zu machen. Das heißt aber auch, wenn man das genau sich anschaut, das heißt auch, dass die Einheit des Buddhismus nicht daran bestehen kann, was die verschiedenen Schulen unterrichten. Nicht was sie unterrichten, ist die Einheit, sondern wozu sie es unterrichten, zu welchem Zweck sie es tun, nämlich zu dem Zweck, Menschen dieses Erwachen zu ermöglichen. Das ist ein bisschen so, als wollte ich in Bonn morgen sein, und ich frage jemanden, wie komme ich da hin, und der eine kann mir sagen, naja, Bonn fährst du hier auf die A3, links an Köln vorbei ist der schnellste Weg, kommst du direkt nach Bonn. Niemand anders sagt, nee, 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 bloß nicht links an Köln vorbei, rechts ist ein bisschen länger, aber viel weniger Staus, macht das, ist viel sinnvoller. Und der Dritte wird sagen, vollkommener Quatsch, nur Sinn, zehn Minuten von hier ist der Hauptbahnhof, dann und dann geht der Zug bis in einer Stunde da. Die Dinge sind nicht miteinander kompatibel, sind vollkommen unterschiedliche Methoden, aber das Ziel ist dasselbe, ich komme in Bonn an. Ja, etwas profane Analogie. Aber es ist wichtig, es ist sehr wichtig, finde ich, dieses Prinzip wirklich zu verstehen, genau zu verstehen. Und deswegen werde ich auch noch eine Weile darauf herumreiten, und zwar, indem ich auch zu den frühesten buddhistischen Zeugnissen zurückgehe. Also nochmal schaue, was hat, ja, es gibt viele Lagen in den buddhistischen Schriften, aber man kann ausmachen, auch die moderne Forschung kann ausmachen, was sind die frühesten Zeugnisse, die frühesten Schriften, die wahrscheinlich auch am nächsten zu dem sind, was der historische Buddha tatsächlich gesagt hat. Und eines ist ein ganz berühmtes Gleichnis, was auch oft genannt wird, was viele auch sicherlich schon kennen, aber es ist wirklich wichtig, es lohnt sich, es immer wieder darüber zu reflektieren. Buddha hat vielen Gleichnissen unterrichtet, weil die manchmal mehr so die menschliche Vorstellungskraft anregen als theoretische, philosophische Lehren. Ein Wanderer sieht auf seinem Wege vor sich eine große Wasserflut. Das diesseitige Ufer ist unsicher und gefährlich. Das jenseitige Ufer ist sicher und gefahrlos. Es ist aber kein Schiff, zum Übersetzen da und keine Brücke zum anderen Ufer. Da denkt er, vielleicht könnte ich mir Schilfrohr und Holzstämme, Zweige und Blätter sammeln, mir daraus ein Floß bauen und auf diesem Floß mit Händen und Füßen arbeitend heil an das andere Ufer gelangen. Diesen Plan führt er aus und kommt heil an das andere Ufer. Dort angelangt, denkt er, dieses Floß ist mir von großem Nutzen gewesen. Ich will es mir auf den Kopf und auf die Schultern laden und mitnehmen, wohin ich gehen will. Meint ihr, meine Bikus, das sind die Mönche, meint ihr, meine Bikus, dass dieser Mann mit dem Floß richtig handelt? Nein, Herr. Wie aber würde er richtig handeln? Er würde denken, dieses Floß ist mir zwar von großem Nutzen gewesen, jetzt aber will ich es auf trockenen Boden setzen oder ins Wasser versenken und unbelastet weitergehen, wohin ich will. So würde er mit dem Floß richtig handeln. So habe ich euch mit diesem Gleichnis vom Floß, das zum Hinüberkommen, aber nicht zum Aufbewahren da ist, eine Lehre gegeben. Versteht ihr das Gleichnis vom Floß, dann gebt, ans Ziel gelangt, sogar die rechten Lehren auf, noch mehr aber die unrechten. Es ist offensichtlich das dieszeitige Ufer, wo wir stehen, das jenseitige Ufer ist, das Ziel buddhistischen Lebens, also die Erleuchtungserfahrung und das Floß sind die Mittel, die uns da hinüber helfen. Was der Buddha sagt ist, die Mittel sind nur das, sind nur ein Mittel. Meine Lehre, das Floß, ist nur ein Mittel, ist nicht in sich wertvoll, es ist nur ein Mittel, was man anwendet, um etwas viel Wertvolleres zu erlangen. Das heißt, der ganze Buddhismus, der ganze Buddhismus ist nur ein Mittel, ist nur eine Methode, ist nicht in sich etwas Wahres, auch aus buddhistischer Sicht nicht. Buddhisten sprechen meistens nicht vom Buddhismus, sondern vom Dharma. Dharma ist der Weg, der Begriff, den Buddhisten benutzen, um die buddhistische Lehre zu bezeichnen. Das heißt, wenn man weiß, dass der Dharma oder die buddhistische Lehre nur dazu da ist, dass man sie verwendet, anwendet, um irgendwo hinzukommen, als ein Mittel, was man dann hinter sich lässt, wenn man angekommen ist, dann ist es klar, dass es vollkommen witzlos wäre, nur den Buddhismus zu studieren oder nur ganz viel Wissen über Buddhismus anzuräumen und es nicht anzuwenden. Das hat nichts mit Buddhismus zu tun. Also ein Buddhist ist nicht notwendigerweise jemand, der sehr viel über die buddhistische Lehre weiß und alles über die philosophischen verschiedenen Strömungen und wie die zusammenhängen, aber das nicht anwenden. Ein Buddhist ist einfach jemand, der vielleicht nur einen Teil der Lehre kennt, aber diesen Teil wirklich ganz herzlich echt anwendet und versucht mit diesem zusammengeschusterten Schilfrohr und Holzstücken wirklich ans andere Ufer zu paddeln mit Händen und Füßen. So jemand, der sagen würde, ich will ganz viel Wissen über Buddhismus anhäufen, aber ich wende es nicht wirklich an, wäre jemand, der sozusagen ein professioneller Floßbauer wäre, der also alles über Floßbau weiß, aber noch nie versucht hat, mit diesem Floß tatsächlich ins Wasser zu stechen. Also Leute gibt es auch, aber das sind Buddhologen, keine Buddhisten. Gibt es wirklich den Begriff? Also im Buddhismus würde man sagen, lieber wenig wissen, aber das echt anwenden. Aber die wichtige Botschaft in diesem Gleichnis ist, der Buddhismus, der Dharma ist nur ein Mittel, es ist kein Selbstzweck, es ist nur ein Mittel zum Zweck. Es ist erstaunlich, dass eine Lehre das von sich selbst sagt. Meistens, wenn man eine Lehre hat, denkt man, ich bin die Wahrheit, aber Buddhismus sagt, ich selbst, ich der Buddhismus bin nicht die Wahrheit, ich bin nur ein Mittel. Die Wahrheit selbst ist jenseits von Worten. Der Buddha ging noch einen Schritt weiter in etwas, was er auch ebenso in den sehr frühen Schriften gesagt hat. Er wurde gefragt von seiner Stiefmutter, die auch eine Nonne geworden war, also seine Schülerin war, er wurde gebeten darum, dass sie eine besondere Lehre von ihm hören wollte, eine Lehre, mit der sie sich zurückziehen könnte und über die sie reflektieren könnte. Und er sagt das Folgende. Von welchen Lehren auch immer du, Gotami, Folgendes mit Sicherheit sagen kannst. Diese Lehren führen zu Leidenschaften, nicht zu Leidenschaftslosigkeit. Zu Bindung, nicht zu Loslösung. Zur Mehrung weltlichen Gewinns, nicht zu dessen Abnahme. Zur Habsucht, nicht zu Genügsamkeit. Zur Unzufriedenheit, nicht zu Zufriedenheit. Zur Geselligkeit, nicht zur Einsamkeit. Zur Trägheit, nicht zur Energie. Zur Freude am Schlechten, nicht zur Freude am Guten. Von solchen Lehren, Gotami, kannst du mit Sicherheit sagen, dies ist nicht die Lehre, dies ist nicht die Schulung, dies ist nicht die Botschaft des Meisters. Doch von welchen Lehren auch immer du mit Sicherheit sagen kannst, dass sie das Gegenteil dessen sind, was ich gerade genannt habe, da wird das Ganze nochmal in umgekehrter Folge aufgezählt, von solchen Lehren kannst du mit Sicherheit sagen, dies ist die Lehre, dies ist die Schulung, dies ist die Botschaft des Meisters. Man muss vielleicht einen Moment nachdenken, um zu verstehen, was die Bedeutung dieser Worte ist. Aber was er da sagt, ist, alle Lehren, die zu diesem beschriebenen Zustand von Leidenschaft, losigkeit und Freude am Guten und so weiter führen, Erleuchtung, alle Lehren, die da hinführen, sind die Lehre des Buddha. Das heißt, in dem Gleichnis von Floß hat der Buddha selbst schon gesagt, meine Lehre ist nur ein Mittel, nicht der Endzweck. Jetzt geht er mal einen Schritt weiter und sagt, auch andere Methoden, die zum gleichen Ziel führen, sind auch meine Lehre, auch wenn ich das nie gesagt habe. Die gehören genauso zum Buddhismus oder zum Dharma dazu, wie die Dinge, die ich selbst gelehrt habe. Damit schließt er, es ist eine ungeheuer offene Definition dessen, was der Dharma ist. Er sagt, alles, was zu diesem Ziel führt, ist der Dharma. Auch die Lehren, die vielleicht erst in der Zukunft formuliert werden. Wenn sie zu dem gleichen Ziel führen, dann sind sie der Dharma. Eine sehr offene Definition. Also er sagt nicht, wenn er gefragt wird, was ist meine Lehre, sagt er nicht, meine Lehre ist die vier edlen Wahrheiten oder der achtfältige Pfad, sondern alles, was zu diesem Ziel führt, das ist meine Lehre. Also er sagt nichts in diesem Zitat, er sagt nichts über die Inhalte seiner Lehre, ja, ich habe das und das und das gesagt, sondern er sagt nur etwas über die Wirkung seiner Lehre, wohin sie führt. Wenn wir diese Prinzipien wirklich verstehen, dann können wir auch sehen, dass es nicht nur ein verbindliches Modell für das Floß gibt. Wir haben da diese, wenn wir bei dem Bild bleiben, ich mag das Bild sehr, wenn wir bei dem Bild bleiben, von dem unsicheren Ufer, von dem wir weg wollen, wir wollen zu diesem anderen Ufer hin, dann gibt es nicht nur ein Modell von Fahrzeug, womit wir übersetzt können, sind auch durchaus andere Bauarten möglich. Wir könnten uns auch ein Kanu bauen oder wir könnten ein Segelschiff verwenden oder wir könnten einen Frachter verwenden, all die würden uns sicher rübertragen. Diese verschiedenen Fahrzeuge wären in ihrem Erscheinungsbild oder in ihrer Bauweise vollkommen unterschiedlich. Die Bauanleitungen für ein Floß oder für einen großen Dampfer, für ein Frachtschiff, sind sicherlich sehr unterschiedlich. Und so auf der Ebene würde man sagen, ja, das ist nicht dasselbe, das sind vollkommen unterschiedliche Dinge, aber sie erfüllen den gleichen Zweck. Sie setzen uns über an das jenseitige Ufer. Und genauso kann man sagen, dass die verschiedenen Schulen des Buddhismus, auch wenn sie ganz unterschiedliche Dinge lehren, wenn sie ganz unterschiedliche Methoden verwenden, insofern diese Methoden und diese Lehren wirklich zu dem gleichen Ziel führen, alle da sind, alle Buddhismus sind. Es ist egal, ob man an diese Lehre oder an jene Lehre glaubt oder diese Methode oder jene Methode verfolgt, die Frage ist, führt sie zu diesem Ziel? Wenn sie zu diesem Ziel führt, dann ist es Dharma, dann ist es Buddhismus, authentischer Buddhismus. Das heißt, es ist egal, ob ich mit dem Kano übersetze oder mit dem Segelboot, mit beiden komme ich an. Allerdings muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich sollte nicht unbedingt verschiedene Bauanleitungen vermischen. Wenn ich anfange mit einem Kano und dann denke, jetzt setze ich aber ein Segel da drauf, weil das steht ja auch im Buddhismus, dann kippt mein Kano um, dann komme ich nicht an, weil ein Kano ist nicht so konstruiert, dass man das mit einem Segel fahren kann. Sich ein bisschen von dieser Schule und ein bisschen von dieser Schule zu picken und dann so seinen eigenen Mix zu machen, kann ziemlich ins Auge gehen. Also man muss schon wissen, welches Modell von Fahrzeug man sich da baut und es muss auch schon in sich stimmig sein. Die authentischen buddhistischen Schulen machen genau das. Sie bauen ein Fahrzeug, was in sich stimmig ist und funktionstüchtig. Also beim Mischen muss man vorsichtig sein. Also wenn man fragt, ist eine bestimmte Schule eine echt buddhistische Schule, wäre der Test schlicht und einfach darin, bringt diese Schule erleuchtete Menschen hervor, erleuchtete Erleuchtungserfahrung. Das ist das Ergebnis. Das ist der eigentliche Test von der Authentizität einer buddhistischen Schule. Das ist sehr wichtig zu verstehen, aber auf der theoretischen Ebene ist es auch sehr leicht zu verstehen, hoffe ich mal. Aber in der Praxis ist es natürlich ein bisschen als Kriterium schwer, weil wie will ich wissen, ob eine bestimmte Schule tatsächlich Erleuchtung hervorbringt. Es ist ja nicht so, als würde ich das mal eben zwei Monate ausprobieren und dann wüsste ich, ob es funktioniert. Also der Weg der spiritualen Praxis ist lange und verschlungen und manchmal weiß man nicht, führt das zum Erfolg, führt das nicht zum Erfolg. Das ist ja nicht so, als würde man das ohne weiteres sofort sehen. Also auch wenn es wichtig ist, theoretisch zu verstehen, was das das Kriterium ist, für die Frage, ist das Buddhismus oder ist das nicht Buddhismus, ist es natürlich in der Praxis nicht immer sehr hilfreich. Zumal die meisten von uns die Neigung haben, das, was sie selbst praktizieren, was sie selbst hilfreich zu finden, auch sehr schnell zu verallgemeinern, zu denken, das ist das Richtige. Und eine sehr menschliche Neigung. Es ist leichter zu verstehen, dass vielleicht der Buddhismus verschiedene praktische Methoden hervorgebracht hat, dass es vielleicht verschiedene Meditationstechniken gibt. Das ist relativ leicht zu verstehen. Okay, ich meditiere so, die haben eine andere Anweisung, aber führt zum selben Ziel. Aber gerade wenn es so auf die Ebene von Lehren gibt, die so versuchen, Aussagen über die Wirklichkeit zu treffen, dann ist es manchmal sehr, sehr schwierig zu akzeptieren, dass eine ganz andere Erscheinungsform des Buddhismus trotzdem authentischer Buddhismus sein kann, obwohl sie so anders ist als all das, was ich praktiziere und was ich gelernt habe. Ja, so angenommen, ich habe in einer Schule praktiziert, die sagt, Buddhismus, der buddhistische Pfad ist einer von Übungen und von Training, wo es darum geht, meinen Geist zu verwandeln, nach und nach meinen Geist zu transformieren. Und dann höre ich von einem anderen, ja, in buddhistischen Kongressen trifft man oft Leute von ganz anderen Traditionen. Und dann sagt jemand, ja, in unserer Schule heißt es, du bist schon erleuchtet. Alle sind eigentlich schon erleuchtet, dann denke ich. Es ist dann schwer zu sehen, wie die beiden Sachen zusammenhängen. Und dann ist es sehr wichtig, in dem Moment sich daran zu erinnern, alle Lehren im Buddhismus, alle Methoden, alle Lehren sind nur Mittel. Sie sind nicht Wahrheit, sie sind nicht Ausdruck von Wahrheit, sie sind nur Methoden, nur Mittel. Die Wahrheit selbst ist nicht ausdrückbar. Alles, was wir hier auch in Vorträgen lehren über den Dharma ist nur Mittel, ist nicht Aussagen über die Wirklichkeit, über die letzte Wahrheit. Die letzte Wahrheit ist das, was man sieht, wenn man diese Erfahrung selbst macht. Und es ist jenseits von Worten. Weil das so wichtig ist und weil es so schwer ist, hat eine andere Tradition, nämlich der Zen, hat auch ein wunderschönes Gleichnis hervorgebracht, was sicherlich auch viele kennen. Die Zen-Tradition heißt es, dass alle Lehren wie ein Finger sind, der zum Mond zeigt. Der Finger zeigt zum Mond. Der Mond ist die Erleuchtungserfahrung. Man muss selbst hingucken. Niemand kann einem den Mond zeigen. Man muss selbst hingucken, um zu sehen, wie der Mond aussieht. Aber es gibt Finger, die darauf hinweisen. Und der Dharma ist das, es ist ein Finger, der zum Mond weist. Und natürlich können Finger aus ganz verschiedenen Richtungen zum gleichen Mond weisen. Und die Finger sind dann nicht dieselben. Aber die Richtung, das, was sie bezwecken wollen, ist dasselbe. Und wenn man das versteht, lassen sich auch große logische Widersprüche vielleicht besser ertragen und besser verstehen. Die Wahrheit, die letztendliche Wahrheit ist einfach nicht der Logik zugänglich. Logik kann von den Fingern handeln, aber der Mond ist jenseits von Logik. Vielleicht das, was ich bis jetzt gesagt habe, erklärt auf jeden Fall vielleicht erst mal, wie man überhaupt so unterschiedliche Lehren und Aspekte verschiedener buddhistischen Schulen unter einen Hut bringen kann. Wie das überhaupt sein kann, dass es diese, wie das, dass es da eine Einheit gibt in dieser Verschiedenheit. Aber es erklärt nicht, warum sich diese Vielfalt überhaupt gebildet hat. Ja, warum ist es überhaupt so unterschiedlich geworden? Warum hat sich diese unglaubliche Vielfalt herausgebildet in der buddhistischen Tradition? Und dazu sage ich noch ein paar Sachen. Es gibt verschiedene Gründe. Einer der Gründe, warum sich das so entwickelt hat, ist, dass wir Menschen nicht immer sehr weise sind. Auch Buddhisten sind nicht immer sehr weise. Und es passiert immer, immer wieder in der Geschichte des Buddhismus und in der Geschichte jedes einzelnen Übenden, dass wir anfangen, auf den Finger zu gucken und den Finger festhalten und den Finger verstehen wollen und vergessen, dass der Finger nur auf etwas anderes weiß, was nämlich der Mond ist. Also auch immer wieder in der Geschichte des Buddhismus wurde die Methode mit dem Ziel verwechselt oder man vergaß, dass alle Methoden nur relativ sind und nicht absolut wahr. Oder wenn wir wieder zu dem Gleichnis von dem Floß zurückkommen, Buddhisten fingen an, ihre jeweiligen Flöße oder Kanus oder Segelboote zu dekorieren und zu schmücken und zu verschönern, weil sie auch so stolz darauf waren und vergaßen, dass es darum geht, damit rüberzufahren. Also immer wieder auch in der Geschichte des Buddhismus, weil ich glaube auch in der Geschichte jedes einzelnen Praktizierenden und wahrscheinlich in der Geschichte des Buddhismus als Ganzen, immer wieder kommt man in Sackgassen und merkt, ich habe es wieder nicht. Irgendwie habe ich diese transzendente Perspektive verloren und ich habe mich in irgendeinem Detail verrannt. Und das ist verständlich, das ist ein allgemeines Phänomen. Spirituelle Lehren sind sehr schwer zu erfassen. Spirituelle Lehren sind eine heikle Angelegenheit, weil auf der einen Seite verlangen sie, dass man sich ihnen ganz herzlich widmet, mit jeder Faser des eigenen Lebens wirklich sie praktiziert, sich da ganz reingibt mit völliger Hingabe und Entschlossenheit und gleichzeitig sollte man sie immer sehr leicht halten, weil sie sind nie die absolute Wahrheit, sondern immer nur ein Hilfsmittel. Und diese Balance ist ziemlich schwierig zu halten. Man kann so in beiden Richtungen Fehler machen. Wenn man sie zu leicht hält, wird es ein bisschen beliebig. Das ist vielleicht ein bisschen, was so die esoterische Szene heutzutage macht. Man hält die Lehre, man nimmt sie, aber man nimmt sie auch nicht zu ernst und man vermischt sie und man nimmt sich das, was einem passt. Das wird keine spirituelle Entwicklung bringen. Also wenn man sie zu leicht nimmt, werden sie ihre transformative Kraft verlieren. Wenn man sie aber zu fest hält, wenn man sie vielleicht so ganz im Herzen praktiziert und sich daran klammert, dann verhärten sie sehr schnell im Dogma. Und auch das passiert immer wieder in der Geschichte aller religiösen Traditionen, auch des Buddhismus. Das lehren die erst mal sehr vibrierend und offen waren, in ein Dogma verkrusten oder verhärten. Also immer wieder in der Geschichte des Buddhismus passiert ist, dass eine Lehre, die erst ganz wirksam war, irgendwann verkrustete und ein bisschen scholastisch, ein bisschen akademisch wurde und nicht mehr wirklich die Wirkung brachte, für die sie eigentlich gedacht war. Und immer wieder dann mussten irgendwelche Menschen das merken und sozusagen eine Reformation einführen, also eine Erneuerung dann reinbringen. Also wenn irgendein Teil der buddhistischen Gemeinschaft sich in irgendeinem bestimmten Punkt in irgendeine Verkrustung verfangen hatte, muss dann anderer Teil der buddhistischen Gemeinschaft sozusagen wieder frischen Wind reinbringen. Und manchmal war das, indem leichte Modifikationen vorgenommen wurden, ja man musste nur eine leichte Korrektur vornehmen, sagen, halt, halt, ihr geht in die falsche Richtung, dahin geht's. Aber manchmal waren die Verkrustungen auch schon zu hart, sodass man eine bestimmte Lehre völlig verwerfen musste und einen völlig neuen Ansatz finden. Der letzten Endes wieder genau das Gleiche bewirken sollte wie die ursprüngliche Lehre, aber die ursprüngliche Lehre tat es nicht mehr, weil sie in ein Dogma verkrustet war. Das heißt, man musste einen neuen Ansatz finden, der erst mal so aussah, als würde man die alte Lehre an sich verwerfen, aber eigentlich, was man verwirft, ist nicht die alte Lehre, sondern die Verkrustung der alten Lehre, die Verdogmatisierung der alten Lehre. Auch da ein Zitat, was ich persönlich ganz schön finde und was diesen Prozess gut zeigt, hier deutlich. Der Autor schreibt über die Geschichte der buddhistischen Philosophie oder des buddhistischen Denkens. Aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet, erscheint die Geschichte des buddhistischen Denkens und der verschiedenen Schulen, die zu seiner Entwicklung beigetragen haben, als eine Aufeinanderfolge von Hinweisen auf die Realität, die allesamt in praktischer Absicht aufgestellt worden waren und unverzüglich und bedenkenlos wieder verworfen wurden, sobald man begonnen, hatte sie in einem absoluten Sinn für wahrzuhalten. Auf seinem Siegeszug durch die Jahrhunderte ließ der Buddhismus, der Buddhismus in seiner höchsten Bedeutung als Wahrheitserkenntnis eine lange Spur abgelegter Definition hinter sich zurück. Aus einem bestimmten Blickwinkel ist die Geschichte der buddhistischen Philosophie eine Spur abgelegter Definition. Sobald irgendeine Definition für absolut wahrgehalten wird, erfüllt sie ihren Zweck nicht mehr und muss erneuert werden. Das ist ein Grund, warum diese Vielfalt sich entwickelt hat. Einfach, weil eine Lehre alleine nicht 2500 Jahre frisch geblieben wäre oder jedenfalls nicht für alle Menschen frisch geblieben wäre, weil es geholfen hat, sie immer wieder zu erneuern, um wieder einen neuen Ansatz zu finden, der wieder frisch und lebendig war und uns die Wirkung erzählt, um die es ging. Ein anderer Grund, warum sich diese Vielfalt herausbildet, ist, dass Menschen einfach sehr unterschiedlich sind. Etwas, was mich anspricht, braucht sie nicht anzusprechen. Menschen sind sehr unterschiedlich in ihrem Charakter, worauf sie ansprechen, was für uns funktioniert. Das heißt, nicht alle spirituellen Methoden funktionierten unbedingt für jeden. Aus dem Wunsch, den Dharma zu kommunizieren, möglichst vielen Menschen weiterzugeben, entwickelten buddhistische Meister und Meisterinnen immer wieder neue Ansätze, um vielleicht dem bestimmten Temperament oder dem Charakter einer bestimmten Person gerecht zu werden. Auch aus diesem Grund, aus Mitgefühl, aus dem Wunsch, Kommunikation zu verbessern, wurden immer neue Ansätze entwickelt. Und es ist nicht nur, dass einzelne Menschen unterschiedlich sind, das ist auch der Fall. Selbst innerhalb einer Gemeinschaft kann man nicht sagen, alle praktizieren genau gleich. Jeder von uns hier hat nochmal seinen eigenen Ansatz. Aber auch im größeren Sinne könnte man sagen, Kulturen sind sehr unterschiedlich. Und der Buddhismus kam auf seinen Siegeszug zu die Jahrhunderte in sehr, sehr viele verschiedene Kulturen. Also zum Beispiel in seinem Heimatland Indien gab es eine ziemlich verfeinerte Kultur von, wie soll man es hinschern, sehr, sehr feine religiöse Kultur. Es scheint so, ich weiß das nicht aus eigener Erfahrung, aber von Menschen, die auch lange in Indien gelebt haben, dass noch heute die Inder sehr viel Lust an Philosophieren haben. Und das scheint auch damals so gewesen zu sein. Es gab schon zur Zeit, es wurde sehr viel religiöses Material und religiöses Denken und verfeinertes philosophisches Denken. Und in so einer Atmosphäre, auf so einem Boden, wird der Buddhismus natürlich auch eine philosophische Sprache sprechen. Und er wird philosophische, verfeinerte Gedankengebäude entwickeln, weil die für diese Menschen funktionieren, weil Menschen sich darauf einlassen können. Also der Buddhismus entwickelte sehr subtile Dialektik, besonders in der Madhyamika-Schule, aber auch in der Lugachara-Schule. Sehr verfeinerte, subtile Gedankengebäude. Eine andere Kultur, ein anderer Kulturkreis, wo der Buddhismus hinkam, nehmen wir Tibet, vollkommen andere Szene. Tibet war ein Volk von Nomaden überwiegend. Ein Volk, wo diese Art von Spiritualität in dieser Form wenig vorhanden war, sondern die vorherrschende religiöse Tradition war schamanistisch geprägt, eine schamanistische Form. Das heißt, da spielten Dinge eine Rolle wie Magie oder der Glaube an Berggötter oder an Dämonen, die man zähmen muss, an Kräfte der Natur, die man zähmen muss. In dieser Kultur waren andere Methoden hilfreich. Statt zu sagen, jetzt müssen wir aber das, was in Indien funktioniert hat, genauso nach Tibet bringen, entwickelten sich in Tibet andere Formen auch, andere Methoden der Lehre. Auch die Philosophie, also das ganze Gedankengebäude der indischen Philosophie ist auch im tibetischen Buddhismus zu finden, sogar sehr verfeinert, gehört zum Curriculum der großen Klöster der tibetischen Tradition, aber zusätzlich gibt es noch andere Strömungen, die sich besonders im Tantra zeigen. Tantra ist sehr stark Energiearbeit, Arbeit mit archaischen Energien. Und die magischen Praktiken, die schon in dem Land vorhanden waren, wurden nicht verworfen, sondern wurden aufgegriffen und teilweise uminterpretiert, umgedeutet und in den Dienst spiritueller buddhistischer Übungen gestellt, in den Dienst von Erleuchtungsstreben gestellt. Es gibt so einen sehr schönen Mythos, der das zum Ausdruck bringt. Und zwar eine Geschichte von der Zeit, als der Buddhismus versuchte, in Tibet Wurzel zu fassen. Es hieß, dass es dann einer der großen Gestalten, die versuchte, den Buddhismus nach Tibet zu bringen, war der Mönch Shantirakshita. Und es hieß, dass immer wenn er Tempel baute, dann irgendwie gab es Erdbeben oder irgendwelche Naturkatastrophen, zerstörten diese Tempel. Das ist nicht historisch, das ist Legende. Und die Erklärung war, dass es die heimischen Gottheiten waren, die zürnten. Die heimischen Gottheiten wollten den Buddhismus nicht reinlassen. Die heimischen Gottheiten zerstörten diese neue Impulse. Und weil dieser Gelehrte nicht weiterkam mit seinen Methoden, mit seinen gelehrten Methoden, wurde ein Yogi eingeladen, ein sehr berühmter Yogi, nämlich Padmasambhava, ein Inder. Was er tat, war, er ging auf diese Dämonen zu in der Legende und statt sie zu zerstören, was wir im Christentum ja immer getan haben, wir haben ja dann die einheimischen Götter zerstört und ausgerottet. Padmasambhava hat keineswegs die einheimischen Dämonen und Götter ausgerottet oder zerstört oder bekämpft. Er hat sie im Gegenteil herausgefordert und zum Dharma bekehrt und zu Beschützern des Dharma gemacht. Das heißt, die Kräfte, die da waren, wurden eingeladen, umgepolt, umgewandelt und in den Dienst dieser spirituellen Praktik im spezifisch buddhistischen Sinne gestellt. Finde ich einfach ein sehr, sehr schönes Bild. Und also er konnte die Dämonen dadurch in den Dienst des Dharma stellen und dann war es, nachdem er wieder weg, womöglich, dass der Dharma sich weiter etabliert in Tibet, weil er eben die heimischen Gottheiten hinter sich hatte. Und wir würden vielleicht denken, so als aufgeklärte Westler, naja, magische Praktiken, ja, vor allem wenn wir mit dem frühen Buddhismus vertraut sind, der ja eine sehr nüchterne, rationale Sprache spricht, die für so uns skeptische Westler sehr eingängig ist, würde man denken, ja, Magie hat doch im Buddhismus nichts zu suchen, ja, also magische Praktiken können wir da doch nicht reinnehmen, aber warum nicht? Ja, magische Praktiken sind Praktiken, die sehr starke psychische Energien binden, sehr starke Emotionen wahrscheinlich binden, wahrscheinlich sehr archaische Kräfte in der menschlichen Psyche ansprechen und warum nicht diese Praktiken verwenden und ummünzen, um diese Kräfte zu binden und in den Dienst der spirituellen Übung zu stellen, sich nutzbar zu machen. Und das ist ein Ansatz, den Tantra verfolgt. Vielleicht zum Abschluss noch eine andere Sache, die vielleicht Verwirrung stiften kann, weil ich immer spreche von verschiedenen Schulen. Wir denken vielleicht verschiedene Schulen heißt, jede Schule sagt, ich bin richtig und die anderen haben Unrecht. Ja, wir denken bei verschiedenen Schulen vielleicht an Schisma und eine klare Trennung. Und so ist das eigentlich in der Geschichte des Buddhismus nicht passiert. Also auch schon die frühesten Aufschlittungen innerhalb der buddhistischen Tradition waren nicht von der gleichen Art wie das, was im Christentum passierte, als Protestantismus sich vom Katholizismus trennte. Das war ganz deutlich eine Trennung, wo auch zwei unterschiedliche Kirchen entstanden. Im Buddhismus war das anders. Das war so, vor allem in der Zeit, als der Buddhismus in Indien sehr stark war, dass es mehr so war, dass innerhalb der buddhistischen Tradition sich verschiedene Akzente herausbildeten. Es gab einen Teil der Gemeinschaft, die bestimmten Akzenten mehr betonte, als die anderen anderen Akzenten mehr betonte. Aber die lebten oft unter einem Dach zusammen, in dem gleichen Kloster. Die folgten den gleichen Mönchsregeln, dem gleichen Winnaier und praktizierten gemeinsam, nur dass eben die einen vielleicht noch manche zusätzliche Schriften studierten, die speziell ihrer Richtung entsprachen und vielleicht ein bisschen andere Methoden machen. Aber es war nicht so, als würde sich ein Teil der buddhistischen Gemeinschaft von den anderen abspalten, sondern es sind mehr Tendenzen, die sich organisch entwickelten und oft auch gegenseitig sehr befruchteten. Gerade weil eben unter einem Dach zusammenkamen, war sehr viel gegenseitige Befruchtung zwischen diesen verschiedenen buddhistischen Schulen. Durchaus haben sie sich auch gegenseitig kritisiert und auch manchmal mit harten Worten, aber die Kritik ging nie in die Richtung zu sagen, ihr seid keine Buddhisten, wir haben den wahren Buddhismus und ihr seid keine Buddhisten. In der Regel, es gab sicherlich auch mal dunklere Momente, aber in der Regel, im Großen und Ganzen, haben Buddhisten immer verstanden, dass andere Buddhisten das gleiche Ziel verfolgen. Vielleicht haben sie manchmal in Frage gestellt, ob die anderen Mittel funktionieren und haben sich auf dieser Ebene kritisiert, zu sagen, ja ich weiß nicht, ob die Methode wirklich zum Ziel führt. Aber es war ein großes, im Allgemeinen, ein großes Verständnis dafür, dass auch die verschiedenen Schulen das gleiche Ziel verfolgen, auf unterschiedlichen Wegen. Nach dem Untergang des Buddhismus in Indien, so um das 12. Jahrhundert herum, war teilweise der Austausch zwischen verschiedenen Strömungen innerhalb der buddhistischen Traditionen nicht mehr so stark gegeben, weil einfach die geografische Trennung so groß war. Also der Buddhismus, der sich im chinesisch-japanischen Raum entwickelte, hatte einfach sehr wenig Kontakt mit dem Buddhismus in Sri Lanka zum Beispiel. Das heißt, in der späteren Entwicklung des Buddhismus gab es vielleicht mehr diese getrennten Schulen einfach wegen der geografischen Trennung. Und da sind wir heute an einem Punkt wieder, wo das eben nicht mehr gegeben ist, wo wir erstmals Zugang zu der ganzen Breite der Tradition haben, die ganze Breite der buddhistischen Traditionen in den vielen verschiedenen Kulturen und Schulen haben wir Zugang zu, wir als Westler. Und umso wichtiger ist es zu verstehen, warum es diese Vielfalt gibt und was sie im innersten zusammenhält. Ich hoffe, es war ein kleiner Beitrag zu diesem Verständnis. Vielen Dank.